Blitzcrank 1v1 Er spielt Mordekreis Ja genau Hallo, ich spiel jetzt Timo, für Spaß Ne, wenn er schon den gleichen Champion ist Ne, ne, ne Kann er Timo gegen Timo machen, dann will ich rausgehen Oh Gott So, es wird geballert, Jungs! What the hell? Was, ich hab nicht hingeguckt! Was soll ich denn? Was soll ich denn? Haha Ja, aber Kevin Was hab ich gesagt? Aber Kevin, das war doch richtig schwierig oder anspruchsvoll